Okay, weiter geht es. Wohin auch immer wir müssen, ne? Aber es geht weiter mit der Richtung. There's a new pork's a place to be now. They say it's a Sybil, humongous city. I wanna go there. Okay, dann geh doch nach Newport City. Ich weiß nur, dass wir jetzt ähm Ja, ja, wir wollen bitte laufen. Aber wir können doch mal Alec und West besuchen. Alec! Hm, I'm sure he's fine. Äh, er steht genau vor dir. Du redest mich über Duster noch. Duster! Oh. Nodded. He smiled. Duster! Sorry, you finally remembered that you're the Duster? Wohahaha. I see, I see. That's great. Lucas, thank you for going out for your way to tell me about Duster. Princess, thank you very much. Say Duster, be thankful to Lucas and his friends. Make sure you're helpful to them. Anyways, let me meet again and I will kick up my feeling. Take it easy. Okay, wir sollen endlich gehen. Das ist ja peinlich. Hier rief nichts. Weil immer noch ist nur Mike wieder. Äh. Gut, wo sollen wir? Vielleicht gehen wir erstmal nach unten. Da sind da wo die Äh. Station war mit den Sie ist immer noch da. Du, 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 du. Arantieses Höhe reinfallen ist. Hm, 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 hm. Wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Dangerous. it's dangerous to go alone take this sie ist der komische typen auf woher erftet ist sie drin luke erster hänger in die proxien zum okay er geht auch noch nie vor das ist schön für dich und sie ist von ihnen okay es ist blöd das ist blöd ich habe keinen Plan wo ich sitzen muss also ich kann das mal hier lang und hier lang ich könnte natürlich nur zum Club Titibu gehen aber was will ich da da oben wohnt nur Alec da ist nichts da ist anscheinend eine kleine woher ist es nötig ich weiß es nicht ich weiß dass ich eigentlich hier hin muss oder Note that people of snakes please prefer ja das hat mir schon das hatten wir auch schon okay dann muss ich anscheinend erstmal hier hoch auch vielleicht kann ich auch hier einfach lang und mit Jonel Ringen something I'm especially good at no no I know I know I can't tell you wanna ask about Taneetan Island right? don't pretend you don't I know you wanna know but Taneetan Island okay I'll tell you about it ok I'll tell you about it this is an insel stair across the street from this beach you know something Spooky Island actually I was the one who thought up the name Spooky Island they say the only way to go there is to drive from the bottom of the ocean yeah that's really possible I think not anyways that's all I know but I do know all kinds of other good stuff I would love to talk about them and I know you would love to hear about them what you don't want to hear about them? that's a pity was was the Diva here Leo Leo is better you're asking if I suited? of course I didn't give it back yes I have not done it I have not done it I have not done it das ist jetzt nicht witz oder? du hast jetzt nicht ernsthaft grad eben vielleicht gibt es etwas besseres Was willst du mir sagen? Okay, Mermaids Okay, ich muss also erstmal zum Strand Ja Und tauch im Ozean Okay Okay, Oxygen Supply Complete Time to head for Tenditon Island Huh Ich weiß, dass es bloß Oxygen geben Aber diese Maschinen sind einfach nicht für meine Sache Sie sind wirklich sehr demoralisierend Wirklich Ich mag sie wirklich sehr Ja, so würde ich auch reagieren Ask was am Oxygenius Danke sehr Ich bin mir nicht lang genug Wollen wir zu lange gebrochen Kämpfe gegen dich Ne, wie serious Failed Torpedo Boom, boom, boom Vielleicht ertrinken wir Während des Kampfes Toll, Pox, you Ähm Oh, machen wir mal Bäm, see, PK Jessen Mega-PK Jessen Beide So, und jetzt Boom 483 Instant kill Oh, geil Select I'm a real crybaby. All I have to do is cry. It might be my fault that the ocean is so salty. I'm a make a big fish. I'm a really hard work. I'm gonna make it bigger in my life. I'm gonna take a bigger, even bigger than one. Hmm 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 hmm. Wir werden absofen. Wir werden absofen. Bloop 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 bloop. Danger, I forgot what I said. Die Oxygen Machine. Oh verdammt 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 verdammt. Okay, jetzt weiß ich wie es ist. Okay, gib mir auf sie. Du bist wieder trunken. Hey. Ich hätte noch Oxygen fragen wollen. Was für eine dumme Scheiße. Okay. Wer ist mir hier runter? Was bist du denn? Okay. Es ist egal was es ist. Wir werden mir eine Back-Attack gegeben. PK Freeze! Magic Gelatin. Ich meine die Fische werden jetzt nicht von allein aus angreifen wollen. Virgo Bracelet. Das ist sogar für sie. Mehr PP. Mehr Verteidigung. Mehr PP. Mehr Verteidigung. hintereinander chili. Instant Kill? Nein, nicht mehr. Okay. Okay, wir brauchen... Sauerstoff! Hallo. Jetzt brauchen wir einen schnellen Weg dahin, wo wir hinwollen Verdammt, schon verkackt Ähm, tickelt das da? Was? Der hat sich verpisst Aber wir haben keine Erfahrung bekommen Och, merci beaucoup, du Wichsfisch, ey Was ein arschiger Fisch Ich geh da jetzt eigentlich nur mit Speed rein, weil ich meine, ihr habt's ja gesehen, ne? Die kennt's ja Okay, ähm, schwach gegen Licht, gegen Taubheit Okay, und, ähm, Lukas HP sind sehr hoch Würde ich übrigens noch dazu sagen Diese dummen Fische Ähm Wie, wie komm ich denn da rein? Du sterb doch immer vorher Ja, okay, dann machen wir uns mal wieder hier entschuldigen, ne? Vielleicht muss ich anders lang gehen Kann ich dich nicht auch irgendwie mitnehmen oder so? Hm Oh, hier ist eine Karte Alter Schwede Soll ich denn da runterkommen? Das ist zumindest mir mal ein Leid Ist sie vielleicht irgendwo, ähm, ja, ja, komm Gut, mehr ist ja wieder Das war knapp Ich wäre fast wieder abgesoffen Okay, vielleicht muss ich auch hier lang Okay, er ist schwach gegen Lightning Und Fire the Beam Ähm, PK Flash und Er ist direkt besiegt Ähm, PK Flash und so weiter Ähm, machen wir dann Beam Und Und Turned Nump Wie kann er sich denn bewegen, wenn der eigentlich taub ist? Oh Ich werde gucken, wie tief ich offscreen komme Bis dahin und ciao Ja, Junge I Junge Vielen Dank.